Wenn man Kinder hat, muss man ja ein bisschen was machen. Also deswegen werde ich natürlich auch Wohnungen dekorieren und werde auch darauf achten, dass sich da gewisse Traditionen jetzt schon so einschleichen, die man dann auch beibehalten kann die nächsten 50 Jahre. Und das finde ich eigentlich toll. Habe ich früher abgelehnt, finde ich jetzt aber super. Aha, also auch im Hause Schöneberger darf es mittlerweile richtig weihnachteln. Raus mit den Kerzen der Deko und volle Fahrt voraus auf Weihnachten. Aber wie feiert denn Frau Schöneberger so? Ich feiere Weihnachten mit der Familie, mit meinen Eltern und Schwiegereltern und mit mittelfiel Kindern, aber ganz traditionell hoffentlich im Schnee mit Plätzchen backen und viel Essen und mit täglichen Spaziergängen.